So, herzogommene vorige... Daily... ...keine Ahnung... ...focke was? Daily Vlog? Daily, 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 Daily... ...ein Monarch Channel... ...channel, channel, channel... Daily 11! Oh! Da war mein Lieber... ...aber gut geklappt. Warum ist da schon wieder neuer... ...book... ...youtube... ...und... ...haben wir nicht... ...abonnert dazu... ...und warum ist das so? Keine Ahnung... ...weil da 100 Bilder... Ähm, ja, hoi... ...heelt die Sonne, die... ...lang gesparte, bis sauber ist... ...die Person kenne ich von früher, von der... ...und... 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 ...ja, diese... ...Melinda Brauner... ...braucht ein... ...Instrationshelfer... ...au... ...sens... ...ja, es sind schon... ...tausend... ...pas 2000... ...Uterstützer... ...ich hab schon leider schon... ...anliegen doppelt... ...wenn durch das Video... ...ja, von durch... ...proben... ...ähm... ...link dann in der Videobeschreibung... ... einfach rauf... ...ja, wenn... ...wenn... ...wenn ich auch drauf eingehen kann, was er... ...ist... ...ähm... ...ja, oder wohin... ...was für... ...wege meine Behinderung benötigt, bringt... ...a... ...einen... ...son... ...son... ...siege... ...mein... ...verlängt... ...nägen... ...nägen... ...und... ... chyba... ...jau... ...sitz... ...immst... ...mein... ...weil... ...weil... ...ich... ...sons... ...verletzten würde... ...ich hab eine... ...speziele... wer ein normaler mensch die kacke aussprechen eine ankein oder behinderung und eine büpp an die förder nicht aussprechen bewegungsstörung hier wurde ein hirn mitmacher und ein pumpe eingesetzt begriffe sind da alles ein gesetz die mir hilft meine bewegungsstörung zu mindern arbeit in der werkstatt für menschen behirne ich gehöre zum fördern und beschäftigen bereich suchen hier muss das trinken essen und kann hier kann gereicht werden auch hilfe bei rausschaffen zum taxen und zum früh reinkommen zu auf toilette deswegen es weiterhin ist viel unterstützung für jacken ausgut notwendig auch hilfe beim computer arbeiten und wenn ich ein haste nicht arbeiten kann oder wenn der computer sich aufhängt hat auch ich hilfe ich wohne gerade beim pflege ohne beim pflegenelder ich bin am meisten sehr traurig weil meine am alltag frei haben und weil meine assistenten bekommen ich brauche ihren ganz dringend ich möchte genauso arbeiten wie alle anderen menschen weil ich sowas öfter machen die vorlesen und unterstützen wenn ich bin aber extrem wie jetzt beschrieben mit da vorne oder mit linda ich habe schon das unter schrieben habe ich aufgeteilt dann ja ja nur noch 504 unterschreiber wenn so ein zwei mehr drin ja oder ist passiert und da steht selber lesen ja kurzes für heute wie gut ja ich bin jetzt was auch wirklich wenn möglich 504 wenn durch meine ich gar nicht wusste ich habe laut gehört gerichte in der werkstatt davon erzählen gehört dass sie in der werkstatt aber ich darauf geachtet dass sie meine werkstatt ist ja ich bin in der werkstatt wieder ja gut hat rein bei lieb auf die linzer vorbei